hallo meine lieben leute alles gut bei euch ich habe mal kurz eine ganz kurze frage und zwar wird julian nagelsmann zur kommenden saison neuer trainer beim fc bayern münchen was sagt ihr dazu findet ihr das gut oder schlecht also ich weiß nicht was ich dazu sagen soll als ich das er gelesen habe es war einfach nur naja ich habe dann bild war so ein bisschen stutzig was das angeht aber die bayern kaufen julian nagelsmann von rb leipzig ja sollen sie das machen naja schreibt mir einfach mal in die kommentare was ihr dazu sagt